So, viel Spass! Stehst du schulterbreit, fest auf deine Füsse, deine Arme nach vorne strecken, wie so in einem V, Finger spreizen und dann stossst du deine Schultern nach vorne. Nach vorne ziehen, nach hinten ziehen, runter stossen. Deine Arme sind komplett durchgestreckt. Hinter, runter. Zieh den Bauch nach hinten, stoss die Schultern nach vorne. Nimm sie zu den Ohren, zieh sie hinten, runter. Führen, hoch, hinteren, runter. Führen, hoch, hinteren, runter. Noch zwei, schön die Schultern bis zu den Schulterblättern durchmobilisieren. Letztes Mal hoch, hinteren ziehen, runter stossen. Hier unten bleiben die Schultern, die kommen nicht mehr da hoch, runter stossen. Finger spreizen, Arme strecken. Geh mit den Armen weit auseinander. Zieh deine Schulterblätter hinten zusammen. Komm nach vorne. Geh in die Knie. Zieh den Bauch nach hinten. Dreh den Oberkörper aus der Brust nach rechts. Schau hinteren, mach den rechten Arm nach hinten auf. Schau zu der rechten Hand hinteren. Mach den rechten Arm zu und komm wieder gerade vorne. Schultern runter. Dreh dich nach links aus der Brustwirbelsäule. Linke Arm aufmachen, schau zu der linken Hand hinteren. Linke Arm zu, komm zurück. Dreh dich. Schau hinteren. Schau hinter den Schultern zum Boden runter. Und komm wieder zurück. Schau. Das ist die Beweglichkeit in der Brustwirbelsäule. Und im Nacken schön die Augen mitnehmen. Hinten runter schauen. Und wieder nach vorne. Bauch hinein. Streckarm. Zurück den Arm. Führen. Noch einmal pro Seite. Drehen. Aufmachen, hinteren schauen. Zurücken. Zu machen. Zurück. Drehen. Aufmachen. Hinteren schauen. Zurücken. Gut. Wunderbar. Und jetzt streck deine Arme nach unten. Drehe deine Füße nach unten. Wie ein Fell. Sitz nach hinten. Sitz nach hinten. 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 Vorgaben. Hinten. Hinten. Wirbel herunter schauen. Hinten. Hinten. Hinten.- Mann Imperial. In der Sitz nach hinten. Sitz hinten runter, lupf deinen Oberkörper. Schön den Oberkörper lupfen, Brust rausdrücken, Knie rausstossen. Rotation in der Brustwirbelsäule. Andere Seite. Sehr schön. Füße parallel. Hände vor Knie oder Schinnbein, Beine ganz durchstrecken. Oberkörper runterlassen, Kopf loslassen. Zwei, eins, Knie nach draussen. Hinten, hinten sitzen, Knie rausstossen. Hinten, runter sitzen, hinten, runter. Drei aus der Brustwirbelsäule. Füße parallel. Hände vor Schinnbein oder zu den Zehen runter. Lass deinen Kopf los, rücken los. Beine ganz durchstrecken. Zwei, eins, noch zweimal. Füße raus, hinten, runter sitzen, Brust rausdrücken. Wie weit runter geht es? Rotation in der Brustwirbelsäule. Einschneiden. Ausstauschen. Füße parallel. Oberkörper loslassen. Beine ganz durchdrücken. Wir wollen auch im Hintern. Ganze hintere Oberschenkel bis in die Knie gehören. Füße raus, hinten sitzen. Brust raus. Und ausatmen. Einsatmen. Aus. Sehr schön. Füße parallel. Oberkörper runterlassen, 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 runterlassen. Und jetzt drehst du dich in die Länge der Matte, gehst in den Vierfüßler, Knie unter das Hüftgelenk, Hände unter die Schultern, in einen runden Rückenkopf hinein, langen Rückenkopf, hoch, runde Rücken. Schau deinen Bauch an. Und streck deinen Rücken, schau zu der Decke hinauf. Und rund die ganze Wirbelsäule. Strecken, noch zweimal. Atmen. Noch einmal. Und jetzt bleibst du in der Mitte vom Rücken, dass du einen geraden Rücken hast, wie einen Tisch. Füße hinten aufstellen. Und du stossst dein Gesass nach oben. Hoch, hoch, hoch. Drück dich mit den Händen weg. Beide Handballen fest in den Boden. Und du läufst einzeln, Fersen zum Boden. Einzeln, Fersen zum Boden. Andere Beine gestreckt, wie ein Laufen. Die Hände stossen die Matte weg. Du schaust deine Knie an. Vier. Drei. Zwei. Einen. Und jetzt beide Fersen Richtung Boden runter. Gesass zu der Decke. Hände fest in den Boden reintrücken. Rache die Beine weit hoch. Hoch, 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 hoch. Noch weiter hoch. Beide Hände gleich in den Boden reintrücken. Jetzt schaue zu deinen Händen vorne. Rechte Hand. Nimm den rechten Fuss, dass du weit vorne kommst. So dass der Fuss unter dem Kniegelenk ist. Hüft sinkt Richtung Boden. Hüft sinkt, Brust nach außen. Rechte Arme nach außen. Hüft sinkt, Finger spreizen. Und jetzt mache ich einen Halbkreis. Weit hoch, weit hinteren. Schaue zu der Hand hinteren. Halbkreis zurück. Und dann zurück. Nimm das Bein zurück in den Hund, der nach oben schaut. Und lauf. Vier, drei, zwei, eins. Beide Fersen Richtung Boden. Linke Beine hoch. Hoch, 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 hoch. Gib Druck in beide Arme gleich. Linke Hand. Nimm den linken Fuss nach vorne. Weit vorne. Fuhre, vorne. Dein Fuss ist unter dem Kniegelenk. Sitze mit der Hüfte nach oben. Richtig Boden. Brust raus drücken. Linke Arme nach vorne. Spreize deine Finger. Mach einen Halbkreis. Schaue die Hand noch. Weit nach hinten. Halbkreis wieder zurück. Hände zurück unter die Schulter. In den Hund, der nach oben schaut. Schaue die Hüfte nach vorne. Laufen. Vier, drei, zwei, eins. Beide Fersen Richtung Boden. Rechte Beine hoch. Hände hoch. Rechte Beine. Mach die Hüfte auf. Mit der Hand oder ohne. Komm mit dem Fuss weit vorne. Fuhre. Fuhre. Fersen unter dem Kniegelenk. Sink mit der Hüfte zum Boden. Dass du dich hier im Hüftbeugel lang ziehst. Rechte Arme strecken. Brust raus. Lange Rücken. Halbkreis. Schaue die Hand noch. Halbkreis. Wieder zurück. Und Hände unter die Schulter. Zurück in den Hund, der nach oben schaut. Laufen. Vier, drei, zwei, eins. Beine Fersen Richtung Boden. Linke Beine hoch. Hoch, 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 hoch. Linke Fuss kommt weit vorne. Weit vorne. Hüfte sinkt Richtung Boden. Brust raus. Hüfte sinkt Richtung Boden. Linke Arme weit vorne. Hüfte sinkt Richtung Boden. Brust raus. Und jetzt die Knie gehen nach raus. Rausen. Mach die Hüfte hier auf. Richtig aufmachen. Brust raus. Lange Rücken. Und dann gehen beide Knie auf die rechte Seite. Beide Knie in den Boden stossen. Lauf deine Brust. Schön lang ziehe das Gewicht gerade auf die rechte Hand. Und du ziehst dich über die linke Seite. Zieh dich. Und zurück. Knie nach raus. Wie ein Schmetterling. Hüfte aufmachen. Brust raus drücken. Beide Knie nach links. Ganz auf den Boden runterstellen. Streck deinen Oberkörper. Linke Hand in den Boden. Und zieh dich. Arme ist lang aus dem Körper raus. Komm zurück. Knie nach raus. Rausen. Und auf die rechte Seite. Streck deinen Rücken. Über die Seite. Eine Seite. Einig auf der linken Seite. Zurück. Knie raus. Auf die linke Seite. Streck deinen Rücken. Und komm in eine schöne Seidneigung. Arme ist hinter dem Ohr. Schau zu der Decke rauf. Komm zurück. Knie weit nach raus. Und dann kommst du zurück in Vierfüßler. Laufst zu den Händen. Nach vorne. In die Knie. Und dann rollst du dich auf. Nimm deine Hände zusammen. Und streck dich. Weit nach oben. Du hast die Decke an. Dreh dich nach vorne. Und geh an den rechten Mattenrand. Schön. Brust raus. Linke Beine hochnehmen. Stabilisieren. Hier geht es in die Hüftbeweglichkeit. Linke Beine weit raufnehmen. Und dann machst du einen Schritt über die Seite raus. Je grösser der Schritt ist, desto intensiver wird es. Du wälstst, wie weit rüber du gehst. Und dann bleibst du und sinkst in das linke Knie rein. Rechte Beine gestreckt. Innen Schenkel dehnen. Das Knie rausdrücken und den Oberkörper lupfen. Lupf den Oberkörper. Sink. Sitz nach hinten. Dass du hier richtig nach hinten setzt. Das Knie will nicht über den Fussspitz. Hinter stossen. Brust raus. Und dann stossst du dich zurück. In die Stabilisation. Wie das Knie so weit raufnehmen, wie es geht. Beide Füsse im Parallel. Sitz nach hinten. Stoss das Knie raus. Lupf deinen Oberkörper. Stabilisieren. Zuerst stabilisieren. Und dann rüber gehen. Und stabilisieren. Hinter sitzen. Oberkörper lupfen. Das ist Kraft im linken Bein. Und Dehnung im rechten Bein. Atme ein. Du gehst immer deinem Tempo. So, gell? Ausschnufe. Und zwei. Und eine. Bleib in der Stabilisation. Nimm das Knie rauf. Nimm das Knie rauf. Weiten Schritt nach vorne. Gewicht in der Mitte verteilen. In der Mitte runter sitzen. Bleib. Vordere Knie schau gerade vorne. Nicht über den Fussspitzen mit dem Knie. Und zurück stabilisieren. Jetzt gehst du hindern. Weit hindern. Gewicht auf beide Beine. In der Mitte runter sitzen. Bauch rein. Und wieder stabilisieren. Und nach vorne. In der Mitte runter. Knie bleibt vor dem Fussspitz. Und hinter. Mitte runter. Hintere Knie will zum Boden. Zuerst stabilisieren. Nimm das Knie rauf. Sitze in der Mitte runter. Und nochmal hinter. Genau. Und jetzt über die Seite. Hopp. Seite hinter sitzen. Und zuerst stabilisieren. Vier. Du siehst deinen Fussspitz. Zuerst stabilisieren. Weit hinter. Mitte runter. Stabilisieren. Üben. Füllen. Du wählst dein Tempo. Bleib schön in der Ausführung. Wichtig ist, dass dein Knie nicht über den Fussspitz kommt. Nicht über den Fussspitz. Schön da hinten bleiben mit dem Knie. Und hier. Und hier. Und hier. Und hier. Und hinter sitzen. Stabilisieren. Füllen. Hinten. Komm noch einmal. Seite. Füllen. Hinten. Bleib in der Stabilisation. Bleib in der Stabilisation. Brust raus. Slide. Hopp. 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 In die Knie. In die Knie. Komm runter. Noch tiefer runter. Und streck die Brust raus. Lange Rücken. Du bist immer lange Rücken. Nicht krumm werden. Gerade. Druck die Brust raus. Komm noch etwas tiefer in die Knie. Das ist schön. Jawohl. Vier. Drei. Zwei. Einen. Linken Rand bleibst. Auf dem anderen Rand bleibst. Hüftbeweglichkeit. Druck die Brust raus. Da. Wähl, wie gross der Schritt ist. Je grösser, desto intensiver. Der Fuss schaue immer gerade vorne. Bleib. Sitze nach hinten. Sitze nach hinten. Das densten linke Innerschenkel. Rechte Knie raus drücken. Oberkörper ist immer gelupft. Zurück. Stabilisieren. Hinter sitzen. Hinter sitzen. Hinter sitzen. Ja, sehr schön. Atme. Zuerst stabilisieren und das Knie hochnehmen. Und erst dann wieder in die Kraft. Jawohl. Wähl dein Tempo. Nimm die Arme hoch. Schultern runter. Immer schön. Ich liebe die Übungen, wo du Kraft hast und Beweglichkeit gleichzeitig. Noch zwei. Noch eine. Und stabilisieren. Das haben wir auch noch drin. Stabilisation. Weiter Schritt nach vorne. Fuss ist gerade vorne. Gewicht auf beide Beine gleich. Mitte runter sitzen. Du siehst deinen Fussspitz vorne. Und wieder stabilisieren. Knie hoch. Weit hinten. Hinter. Mitte runter. Mitte runter. Sehr gut. Und vorne. Pass auf das Knie. Bleib dir hinten mit dem Knie. Stabilisieren. Hüftbeweglichkeit. Nehmt das Knie hoch. Seite. Hüftbeweglichkeit. 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 Fuss ist gerade vorne. Sitze in der Mitte runter. Hinter die Knie zum Boden. Arme. Üben. Stabilisieren. Füben. Atme. Sehr gut. Hüftbeweglichkeit. 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 Nimm den Knie hoch. Hüftbeweg. Hüftbeweglichkeit. Hüftbeweglichkeit. Nimm das Knie hoch, nimm es hoch, drück die Brust raus und slide. Hopp, hopp, hopp. Wenn du mehr willst, jump, jump nach hoch in die Knie, runter, aber du behaltest dich. Lange Rücken, lange Rücken behalten. Wähle dein Tempo, wir haben 10. 9, 8, 7, runter, komm, schöne Knie, 6, 5, 4, 3, 2, 1, runterkommen, Bein hoch strecken. Bein angewinkelt ist einfacher, Bein ausstrecken schwieriger. Fersen sind ab dem Hüftgelenk. Habe deine Beine, ziehe deinen Körper rauf, schaue deinen Bauch an, ziehe deinen Bauch nach hinein. Spüre deine untere Rücken auf der Matte. Stütze den linken Ellbogen ab und gehe mit dem rechten Arm zum grossen Zehen. Und wechseln, und wechseln, und wechseln, und wechseln, und nimm Kraft aus den schrägen und geraden Bauchmuskeln. Rein ziehe deinen Bauch, rein ziehe deinen Bauch. Und ausatmen, du willst die Fersen, gehen an, hoch, lupf dich, und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, immer dein Tempo wählen, 3, 2, Bauch hinein, nimm Kraft aus dem Bauch. Und ausatmen, und abstellen für das rechte Fuss auf den linken Oberschenkel. Stosse das rechte Knie raus, nimm den Oberkörper rauf, 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 schaue deinen Bauch an, ziehe deinen Bauch nach hinein. Du bleibst oben, und lupfst jetzt das andere Bein auch noch. Ziehe deinen Bauch hinein, ziehe deinen Bauch hinein. Du gehst mit dem linken Bein zum Boden, und wieder zurück. Noch ein bisschen mehr ist, wenn du das linke Bein streckst. Beide Füsse flex, Bauch hinein, und wie weit runterkommst du mit dem Bein, ohne dass du den unteren Rücken verlierst. Du kannst den Kopf halten, wie ein Geschenk in den Händen halten. Das Wichtigste ist, dass du den Bauch einziehst, und der unteren Rücken bleibt schön in Kontakt mit der Matte. Nicht ins hohle Kreuz fallen. Schau den Bauch an, ziehe ihn nach hinein. Wie weit geht das linke Bein Richtung Boden, ohne dass der Rücken läuft? Beide Füsse flex, linke Füsse schaue gerade zu der Decke, rechte Knie nach raus drücken. Da haben wir auch die Dehnung im rechten Popo, kräftig unten in den Bauchmuskeln. Die Dehnung im ganzen linken Bein, drücke die Fersen weit raus. Komm, noch zwei, noch eine, beide Beine hoch, und schräge, gerade Bauchmuskeln, zehn, neun, acht, sieben, Bauch hinein, sechs, und die Rücken spürst du auf der Matte, fünf, vier, drei, zwei, du willst den Fuss anlangen, eine, beide Füsse abstellen. Kopf ablegen, linke Füsse auf den rechten Oberschenkel, linke Knie raus drücken, Hüfteöffnung machen, und jetzt komm mit dem Oberkörper hinauf, 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 bis deine Schulterblätter vom Boden weg sind. Schau deinen Bauch an, zieh den Bauch hinein, nimm das rechte Bein vom Boden weg, und geh mit dem rechten Bein nach hinauf. Schau deinen Bauch hinein, aber wenn du mehr willst, das Bein strecken, beide Füsse flex. Deine Konzentration, Bauch nach hinein ziehen, spür den unteren Rücken, drücke mit dem Bauchnabel, den unteren Rücken in den Boden. Bleib mit dem linken Knie weit aussen, wenn möglich das rechte Bein ganz durchstrecken, Füsse flex, Fersen wegstossen. Oh, noch zwei, Bauch hinein, oh, noch einen, sehr gut. Und jetzt drehe dich nach vorne, du den unteren Arm ausstrecken, das unteren Bein ausstrecken, und das oberen Bein aufstellen. Du willst mit der Hand hier zum Fuss. Es ist auch wieder schräger Bauchmuskel. Du willst die Innenseite des Fusses anlangen. Ach, wenn das nicht geht, die Innenseite des Unterschenkel. Wichtig ist, dass du hier in den Schultern schön locker bleibst und die Kraft hier im schrägen Bauchmuskel hast. Einziehe den Bauch, nimm die Kraft von den Bauchmuskeln. Und atme aus, wenn du hinaufkommst. Und zehn, und neun. Auch da wählst du das Tempo. Acht, aber Kraft aus dem Bauch nehmen. Sieben, super, komm, noch sechs. Schultern locker, fünf. Vier, Arm ist locker hier. Drei, Kraft aus dem Bauch, zwei. Einen, drehe dich auf die Seite, beide Beine anwinkeln, Elbogen unter die Schultern. Richtig hier unter die Schultern, den Elbogen. Und jetzt stosse die Hüfte vom Boden weg, dass du hier in die Seitemuskulatur vom Rumpf kommst. Obre Beine strecken, Brust rausdrücken, Hüfte vorne drücken. Elbogen ist unter den Schultern. Kopf aus dem Körper rausstossen. Und da deine Hüfte wirklich vom Boden wegstossen. Nimm das Bein hoch. Druck die Hüfte vorne, Druck die Hüfte vorne, bis du Gesäßmuskel zusammenklemmst. Druck die Brust raus, bis deine Schulterblätter hinten zusammenkommen. Kopf aus dem Körper rausstossen. Schnaufe und geh mit dem oberen Bein zum Boden runter. Eins, zwei, bleib mit der Hüfte oben. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Bleib mit der Hüfte oben. Acht, neun, zehn. Bleib nochmal. Druck die Hüfte vorne, Druck die Hüfte vom Boden weg. Bleib da. Druck den Elbogen fest in den Boden. Drei, zwei, eins. Andere Seite. Du drehst dich hier, sodass du auf die andere Seite abliebst. Untere Arme auf dem Boden. Untere Beine gestreckt. Oberen Beinen anwinkeln. Du willst diagonal den Fuss anlangen. Je weiter du raufkommst, desto intensiver ist es. Aber pass auf, dass du da nicht einsenkst in den Schultern, sondern wirklich fast ohne Arme könntest du raufkommen. Jetzt schau deinen Bauch an. Zieh ihn nach innen. Nimm die Kraft von den Bauchmuskeln. Und zehn. Schnurrfuss. Nühen. Haufen langen. Acht. Haufen zum Fuss. Sieben. Sehr gut. Sechs. Schultern locker. Fünf. Vier. Das ist es. Drei. Nimm die Kraft vom Bauch. Zwei. Einen. Bravo. Dreh dich auf die Seite. Unter die Ellbogen. Unter die Schultern. Beine Knie anwinkeln. Stoss die Knie hinteren. 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 Stoss die Hüfte nach vorne. Und dann die Hüfte vom Boden wegstossen. Haufen. 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 Stoss die Brust raus. Drücken. Schulterblätter hinten zusammen. Kopf aus dem Kerber. Stoss die Hüfte hoch. Bleib mit der Hüfte maximal hier oben. Und komm mit dem Bein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nicht einfallen in die Schultern. Drück die Brust raus. Drück den Kopf raus. Sechs. Sieben. Acht. Nühen. Zehn. Und vier Füßler. Hände unter die Schultern. Ganze Rücken mobilisieren. Kopf rein. Kopf hoch. Zwei. Eins. Lauf zu deinen Händen mit den Füssen. Sitz hinten runter. Vielleicht geht es jetzt mehr als am Anfang. Aber deine Füsse bleiben auf dem Boden. Brust rausgedrücken. Mit dem Elbogen Knie rausgestossen. Kraft in die Füsse geben. Und von den Füssen her gerade wie ein Pfeil hochgestossen. Hauf. Und hinten runter sitzen. Und hoch. Hinten sitzen. Hauf. Bleib unten. Bleib unten. Stoss die Knie raus. Lauf den Oberkörper. Rechte Fersen lupfen. Linke Fersen lupfen. Gerade wie ein Pfeil hoch. Fersen lupfen. Hinten sitzen. Hinten sitzen. Knie rausgestossen. Rechte Fersen. Linke Fersen. Beide Fersen. Und. Rechts. Links. Beide. Und. Keine Fersen. Hopp. 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 Wenn du mehr willst, jump. Jump. Und rechte Fersen. Linke Fersen. Hopp. Hopp. Sehr gut. Zack. Ja. Und. Brust raus. Zehn. Nien. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, letzte, schön, und Füße parallel, Hände auf den Boden oder vor dein Schimmbein, Kopf loslassen, Rücken loslassen, Atmen, zwei, eins, Füße nach draußen drehen, hinten runter sitzen, gerade Rückenbrust raus, raufkommen, So, am rechten Mattenrand, rechte Beine weit hinten, Gewicht in die Mitte, hintere Knie möchte zum Boden runter, vordere Knie, schaue gerade vorne, ist hinter dem Fussspitz, ziehe die Hüfte ein bisschen nach hinein, Bauch hinein, strecke deine Arme, strecke deine Finger, Du willst die Decke anlangen, schaue hoch, du willst die Decke anlangen, und das hintere Knie möchte noch ein bisschen mehr zum Boden runter, Zwei, eins, komm auf das vordere Bein, stabilisiere dich, lange Arme, langes Bein, das linke Bein ist leicht im Knie, Mit diesem langen Rücken willst du den Boden anlangen, langen Rücken behalten, mit dem langen Rücken wieder hoch, 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 hinteren, runter, strecke, Hände zu der Decke, Hände zu der Decke, hintere Knie zum Boden runter, komm nach vorne, in die Standwaage, Standbein liegt im Knie, du willst den Boden anlangen, und mit dem langen Rücken wieder hoch, weit hinteren, in die Mitte runter, strecke, Hände zu der Decke, Hände zu der Decke anlangen, noch weiter hoch, schaue hoch, schaue hoch, noch einmal in die Standwaage, Und, Boden anlangen, und jetzt nimmst du die Knie hoch, 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 Arme gestreckt, gestreckt, und tag, 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 Brust raus, wenn du mehr willst, und jump, 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 ah, vier, drei, zwei, eine, linke Bein hier oben, Andere Bein jetzt nach hinten, Gewicht in die Mitte, Mitte runter, Arme strecken, hoch, langen, Hüfte ein wenig nach vorne, Bauch hinein, Hintere Knie zum Boden runter, aufs vorderen Bein, Licht im Knie, das vorderen Bein, langen, Bein, langen Rücken, und du willst den Boden anlangen, langen Rücken hoch, weit hinteren, Mitte runter, strecken, hoch, schauen, noch ein bisschen mehr hinten runter, und die Standwaage, stabilisieren, Kraft im rechten Bein, bis in den rechten Popo, langen Rücken, und wieder hinteren, Gewicht in den beiden Beinen, Bauch hinein, Decke anlangen, noch ein bisschen weiter runter mit dem hinteren Knie, Komm in die Standwaage, hopp, zuerst stabilisieren, oi, 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 und langes Bein, langen Rücken, Knie, tschak, 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 5, 4, 3, komm in die Mitte von der Matte, 2, 1, auf dem rechten Bein, stabil. Die Hüfte wieder in die Beweglichkeit nach hinten, die Hüfte in die Beweglichkeit nach hinten, Auf dem vorderen Bein bleiben, Gewicht auf dem vorderen Bein, ins Knie, Oberkörper lupfen, den hinteren Fuss nur leicht abstützen, wichtig ist dein Knie, nicht über den Fussspitzen, gerade wie ein Pfeil vom rechten Fuss, hochdrücken. Nimm das Knie hoch, streck das Bein nach vorne, ganz aus, den Fuss anziehen und dann sitze nach hinten. Auch hier bleibt wieder dein Knie hinter dem Fussspitzen, gerade rücken und hoch, ausdrehen in den Lunge Cross. Druck, die rechte Fersen in den Boden, stosse dich gerade hoch, Bein strecken, Sitz hinten, hinten, Knie bleibt gerade, ausdrehen die Hüfte, Lunge Cross. Hintere Beine vielleicht lupfen, Brust raus, und Pistol Squat. Vielleicht mit dem langen Bein, hopp, und hinteren, schau dir das vorderen Knie an, bitte nicht über den Fussspitzen. Und noch einmal, Pistol Squat, hinteren sitzen, du siehst deinen Fussspitzen, und wechseln. Knie hoch, 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 dann Hüfte ausdrehen. Hintere Beine, Gewicht ist absolut auf dem linken Bein, auf dem vorderen Bein. Hintere, geh über die Seite, hintere, schau dir das vorderen Knie an, drück die vorderen Fersen in den Boden, lupf deinen Oberkörper, gerade hoch, stossen, Knie hoch, 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 vor die Beine strecken, 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 Fussflex. Sitz hinten, du siehst deinen Fussspitzen, und dein Knie schaut gerade vorne, hoch, stossen, Knie ausdrehen die Hüfte in Lunge Cross. Arm, hopp, strecken, und schau, hinteren sitzen, Brust raus, Brust raus, lange Rücken, Arm, vielleicht langes Bein, Arm, gerade hoch, Brust raus, hinteren sitzen, Du willst gerne hier vorne kommen, aber du bleibst mit dem Knie hier hinten, das ist wichtig wegen deiner Kniescheibe, schön hier hinten bleiben. Und wieder schöne Hüfteöffnung, linke Fuss in den Boden drücken, drück die vorderen Fersen richtig in den Boden, stossen dich gerade hoch, bis in die Kraft des Gesäßmuskels. Und hier brauchst du nochmals, vor die Oberschenkel, Gesäß, komm ich gerne noch zwei, hinteren sitzen, wie weit runter geht es, und hinteren sitzen, wie weit runter geht es, du siehst deinen Fussspitz, und ausdrehen die Hüfte, gerade hoch, und noch ein Pistol Squat, wow, gut, in den Vierfüssler, Hände unter die Schultern, Füsse aufstellen, Bauch einziehen, ziehe den Bauch nach innen, nicht den Bauch hängen, und stosse dir ein schönes Brett, das heisst, deine Schultern sind oben Handgelenk, Bauch hinein, Brust nach vorne, Kopf nach vorne, schön im Bauch heben, du kannst so bleiben in der Plank, wenn du mehr willst, Knie anziehen, zum Ellbogen. Gern will da die Schultern nach hinten kommen, aber bleib mit den Schultern oben Handgelenk, bleib mit dem Gesäß unten, nicht da oben, schön unten bleiben, und ziehe, ziehe, wenn du schneller gehst, schwieriger, Bauch hinein, 10, 9, 8, drücke Brust raus, 7, 6, 5, 4, Hüfte bleibt unten, Bauch hinein, 2, 1, Knie abstellen, Ellbogen zusammentrücken, Brust ablecken, Ellbogen ist nahe am Körper, Bauch ablegen, Bauch ablegen, Füße lupfen, Knie breit, deine Stirn auf die Hände legen, und mit den Füssen hin und her, Füssen zum Boden runter, 4, 3, 2, 1, Mitten, Mitte anhalten, Füße zurück zum Boden, Hände nahe an die Brust, zuerst den Bauch wegstossen, Ellbogen zusammenstossen, und die Schultern von den Ohren wegdrücken, zuerst den Bauch wegstossen, zuerst den Bauch, und dann die Brust mit dem Trizeps, Eisbrat, und Mountain Climber, 10, 9, 8, 7, sind deine Schultern noch ab den Handgelenk, 5, 4, erst dein Popo unten, den Bauch drinnen, 2, 1, 3, Zeps auf den Füssen oder auf den Knie, Ellbogen zusammen, Zuerst Brust ablegen, dann den Bauch, Stirn auf die Hände, und hin und her, 4, 3, das ist schön für deine unteren Rücken, um zu mobilisieren, wir gehen nochmals in die Trizeps, wenn du willst, auf den Füssen, einfacher auf den Knien, Ellbogen zusammengedrucken, Schultern von den Ohren wegstossen, zuerst den Bauch, Bauch wegstossen, Zuerst den Bauch, zuerst den Bauch, in Mountain Climber, komm, die letzten 20, ziehen, ziehen, Brust nach vorne stossen, Kopf aus dem Körper, du kannst auch so einfach dein Knie anziehen, bleib im Bauch, zieh den Bauch nach innen, noch 10, die letzten, schnaufe, schnaufe, Popo unten, komm, noch 5, 4, 3, 2, 1, die Trizeps auf den Füssen oder auf den Knien, zuerst Brust ablegen, Bauch, bravo, und hin und her, Dankeschön. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, mit dem neuen Schnee. Ja, gut gemacht, heute Abend, halb bis 7, painless motion, dehnen, langziehen, dass du gut nach dem Tag, wo du vielleicht viel gesessen wirst, und nicht viel gemacht hast, oder auch sonst, dass du allen gut die Muskelkette langziehen, komm auf deine Füsse, sitze noch einmal so tief runter, wie es geht, auf dem ganzen Fuss, stosse die Knie nach Hause, drück die Brust raus, vielleicht kannst du jetzt schön hinten runter sitzen, aber beide Füsse bleiben auf dem Boden, drück beide Füsse fest in den Boden, Knie raus stossen, gerade wie ein Pfeil, rauf stossen, gerade wie ein Pfeil, und du streckst die Brust raus, stossen, Knie nach runter auf das Brustbein legen, Arme nach hinten ziehen, und jetzt geh weit nach hinten mit deinen Armen, sodass die Hände hinten deinem Rücken fassest, die Arme ganz ausstreckst, und jetzt malst du mit dem Kopf nach rechts, nach links, schön fein, einen Halbkreis, fein, bleib in der Mitte, komm mit dem Kopf schön nach oben, und dreh den Kopf nach rechts, nimm zurück in die Mitte, dreh den Kopf nach links, zieh den Bauch nach hinein, leicht in den Knien bleiben, bleib in der Kraft von deinem ganzen Körper, drück deine Brust raus, lass deine Arme locker, schüttel deine Handgelenke aus, Handgelenke ausschütteln, bye bye, danke vielmals, tschüss zusammen, tschüss Moni, ciao, danke, tschüss, tschau, 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 oh, ihr Lieben, wow, oh, ich vermisse dich so, beispielsweise, tschüss, tschüss, tschüss.